Ich war beim sogenannten Internet Governance Forum, das dieses Jahr in Äthiopien stattgefunden hat. Es handelt sich dabei um eine globale, demokratisch transparente Plattform, die bei den Vereinten Nationen angesiedelt ist und wo der politische Dialog zum Internet Governance und zu deren Fragen, also zur Gestaltung der Regelungen im Internet, abgehandelt wird. Es geht von Fragen Cyber Security über Hass im Netz bis zum Umgang mit Darknet, aber auch der Verankerung der Menschenrechte im Internet, der Datensicherheit und vor allem dem Zugang aller zum Internet. Das Leitthema des diesjährigen Treffens in Addis Abeba war ein resilientes Internet für eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft. Das Treffen wird besucht von Stakeholdern aus der Technologiebranche natürlich, aber auch von Politikern. Im letzten Jahr fand es in Polen statt, nächstes Jahr wird es in Japan stattfinden. Es fand insgesamt zum 17. Mal statt und ich war dort drei Tage, habe ein intensives Arbeitsprogramm, abgearbeitet mit vielen Treffen, hochrangigen Austausch mit Politikern, auch vom afrikanischen Kontinent gepflegt und ich habe dort insbesondere auch das Kommunikationsplattformengesetz aus Österreich vorgestellt, das sehr wohl als Vorlage hier auch dienen kann. Sie wissen, in der Europäischen Union haben wir den DSA und den DMA jetzt, aber es braucht die nächste Ebene und internationale Regeln und abschließend darf ich sagen, Internet, Internet Governance, Regelungen im Internet, das wird uns die nächsten 20 Jahre noch intensiv beschäftigen und es ist jetzt Zeit, hier zu handeln. Zusatzfrage? Was war Ihre Rolle bei diesem Treffen? Ich habe die ganz besonders große Ehre, als eines von zehn Mitgliedern im High-Level-Pandle zu sitzen. Ich bin im August von Generalsekretär Antonia Guterres in dieses Pendle bestellt worden, für die Dauer von zwei Jahren. Wir haben von ihm die Aufgabe bekommen, hier auch Anleitungen zu geben, zu entwickeln, auch für die Staaten, wie man mit Internet in Zukunft umgehen kann. Unser Vorsitzender ist niemand geringerer als Windsurf, der Vater und Erfinder des Internets. Die Co-Vorsitzende ist Maria Ressa, eine Friedensnobelpreisträgerin und wir haben diese Challenge accepted, wenn ich das so sagen darf, und unsere Arbeitsweise jetzt auch im Zuge dieser Konferenz festgelegt und werden das physisch... ...halten. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Guputmann. Vielen Dank, Herr Präsident. Guten Morgen, Frau Bundesministerin. Meine Frage an Sie wäre, wann dürfen die Menschen in Österreich endlich, so wie das in vielen anderen europäischen Ländern schon der Fall ist, mit einem Infofreiheitsgesetz rechnen? Ich glaube, es wäre schon langsam hoch an der Zeit. Wenn ich es richtig im Kopf habe, diskutieren wir das jetzt schon fast ein Jahrzehnt. Und wann ist es jetzt soweit? Herr Abgeordneter, wenn Sie in die Beginne der Diskussion zurückgehen, dann muss ich sagen, das war vor meiner Zeit in der Politik. Aber ich kann sagen, seit ich ja zuständig bin, auch unter anderem für diesen Bereich, habe ich mich ganz klar dazu bekannt, dass dieser Paradigmenwechsel vorzunehmen ist. Dass die Gesellschaft im 21. Jahrhundert ein anderes Informationsbedürfnis hat, als das früher war. Und ich bin auch immer ganz klar gewesen, dass das Amtsgeheimnis abgeschafft werden soll. Wir wollen Regelungen entwerfen und entwickeln, die aber auch tatsächlich von denen, die sie umsetzen müssen, angenommen werden. Es ist kein einfacher Prozess, das darf ich auch sagen. Transparenz ist aber zweifelsohne ein Gebot der Stunde. Und deswegen sind wir auch transparent in diesem Gesetzeswerdungsprozess. Wir haben, das ist richtig, schon vor mehr als einem Jahr, dieses Gesetz in Begutachtung gehabt. Wir haben über 200 Stellungnahmen im Begutachtungsprozess bekommen. Wir haben in der Zwischenzeit viele Gespräche geführt. Alleine ich durfte aufgrund des Auskunftspflichtgesetzes auch einmal eine Anfrage von einem Bürger beantworten. Da haben wir dann aufgelistet, dass ich alleine 30 Gespräche mit diversen Stakeholdern nach der Begutachtung geführt habe, mein Kabinett darüber hinaus auch viele Gespräche. Und ich habe mit dem Vizekanzler gemeinsam mittlerweile die Länder getroffen, die Gemeinde und den Städtebund getroffen. Wir haben ein Gespräch gehabt mit der Industriellen Vereinigung, mit der Wirtschaftskammer Österreichs und mit den Landtagspräsidenten. Es gibt vor Weihnachten noch ein Gespräch auch mit diversen Stakeholdern aus dem Bereich der NGOs. Das Ziel ist es, tatsächlich alle noch einmal abzuholen, zu fragen, wo die Bruchlinien sind, wo die Sorgen sind, damit wir im Endeffekt ein gutes Gesetz haben, das auch tatsächlich gut angewendet wird. Und da sind wir dran. Das heißt, Ihre Frage darf ich so beantworten. Die Legislaturperiode dauert noch ein bisschen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir es innerhalb dieser Zeit schaffen. Zusatzfrage? Was mich da schon interessieren würde, es hat ja schon im Jahr 2014 eigentlich eine Einigung gegeben, eine Einigung Bund, Länder, Gemeinden, NGOs und so weiter und so fort. Und das ist jetzt im Zuge des parteiinternen Putsches des Herrn Kurz dann wieder irgendwie verschwunden. Aber wäre das nicht eine gute Basis gewesen, auf dem weiterzuarbeiten? Weil da hat man schon was gehabt, wo alle dafür waren. Wenn Sie auf das Jahr 2014 anspielen, dann muss ich noch einmal sagen, dass das eine Zeit ist, in der ich noch nicht in der Politik war. Ich kann nur auf das referenzieren, was ich selbst aus meiner Tätigkeit in dieser Position weiß. Wir haben ein Gesetz in Begutachtung geschickt, das auch eine entsprechend lange Zeit in Begutachtung war, viele Stellungnahmen bekommen. Und ich glaube, aus dem Inhalt der Stellungnahmen wird klar, dass der Vorschlag nicht so schlecht ist. Die einen sagen, es ist zu viel, die anderen sagen, es ist zu wenig. Ich denke, wir werden es schaffen, einen guten Mittelweg zu finden. Und auch all die Erfahrungen, die es schon vorher gab. Ich schaue natürlich auch auf die Zeit, die vor mir lag, hier auch einzubinden und ein gutes Gesetz auf den Weg zu bringen. Zusatzfrage steht die Frau Abgeordnete Deckenbacher. Danke, schönen guten Morgen, Frau Bundesminister. Die SPÖ fordert, wie wir es ja gerade gehört haben, auf Bundesebene immer wieder auch die Abschaffung der Amtsverschwiegenheit. Auf Landesebene, und ich denke da zum Beispiel an Wien, hat es offenbar eine ganz andere Einstellung. Ich möchte hier an den Skandal rund um Wien Energie erinnern. Hier hat es offenbar keine rechtzeitige Information über den Geldbedarf gegeben, der ist doch in einer Milliardenhöhe. Und auch das Ausüben der Notkompetenz des Bürgermeisters hat es offenbar nicht rechtzeitig gegeben. Wie steht das Land Wien zum geplanten Informationsfreiheitsgesetz? Also es gab, wie gesagt, rund 200 Stellungnahmen, auch eine sehr umfassende Stellungnahme vom Land Wien. Also ich habe die auch mitgebracht, das sind 46 Seiten. Die Stadt Wien begrüßt einleitend ausdrücklich das Vorhaben, die Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger transparenter zu machen. Auf der Seite 46 folgt dann aber die Kritik, wo darin formuliert wird, dass es nicht ausgewogen sei, das vorliegende Gesetz und zu wenig präzisiert wäre. Also der Gesetzesentwurf, der in Begutachtung war. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben jetzt mittlerweile auch ein sehr gutes Gespräch gehabt mit Bürgermeister Ludwig als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz, gemeinsam mit dem Vizekanzler. Und ein bisschen muss ich immer schmunzeln, weil es begrüßt jeder dieses Gesetzesvorhaben. Aber wenn es dann um die eigenen Interessen geht und darum, sich daran zu halten, dann kommt immer ganz schnell, bitte nicht bei mir, sondern bei den anderen, also frei nach dem Floriani-Prinzip, Heiliger Florian, schütze mein Haus und zünde ein anderes an. Aber wir werden einen Weg finden. Zusatzfrage der Abgeordnete Magreiter. Guten Morgen, Frau Bundesministerin. Im Zuge der Reform der Parteienfinanzierung haben wir im Juli dieses Jahres eine Änderung der BVG herbeigeführt. Wir haben dem Artikel 20 den Absatz 5 hinzugefügt, nur noch alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe, Studien, Gutachten und Umfragen, die sie in Auftrag gegeben haben, samt deren Kosten in einer jedermann zugänglichen Art zu veröffentlichen hat, solange und so weiter in Geheimhaltung nicht geboten ist. Die Frage an Sie, der 01.01.2023, da tritt diese Bestimmung in Kraft, kommt näher. Ist es im Bereich des Bundes vorgesehen, hier eine einheitliche Plattform anzubieten, wo diese Informationen angeboten werden, beziehungsweise im Bereich Ihres Ministeriums, was ist da vorgesehen? Tatsächlich ist die Änderung, die Sie ansprechen, wenn man so will, inhaltlich eigentlich ein Vorgriff auf das Informationsfreiheitsgesetz. Im Informationsfreiheitsgesetz haben wir vorgesehen, dass wir eine Plattform einrichten, wo Informationen auch proaktiv eingemeldet werden sollen. Die gibt es jetzt noch nicht, weil es das Informationsfreiheitsgesetz noch nicht in Beschlussform gibt. Aber diesen Artikel, diesen Absatz 5 gibt es. Und insofern wird hier auch vom Bund, aber auch von den Ländern, weil es natürlich auch an die Länder geht, hier zu überlegen sein, wie dann dieser Veröffentlichungspflicht nachgekommen wird. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Steger, bitte. Bundesministerin, Sie haben 2021 dem sowohl EU-Rechts- als auch verfassungswidrigen Corona-Wiederaufbaufonds in Milliardenhöhe und damit auch dem gewaltigen Tabubuch einer europäischen Schuldenaufnahme nur unter der Bedingung zugestimmt, dass es sich um eine einmalige Sache handelt. Dieses Versprechen haben Sie nicht nur einmal wiederholt. Mittlerweile hat die ÖVP bereits mehrfach einer weiteren Schuldenaufnahme für Milliardenzahlungen an die Ukraine zugestimmt und damit auch bewiesen, dass man Ihnen kein Wort glauben kann. Sie sind bei diesem Verrat an den österreichischen Steuerzahlern sogar mit Ihrem Finanzkommissar Hahn federführend mit dabei. Ihnen ist anscheinend egal, dass die Menschen in Österreich reihenweise verarmen und nicht mehr wissen, wie sie sich ihr Leben noch leisten können. Lieber überweisen Sie mehr, mehr und mehr Milliarden an die Ukraine, drehen an der Eskalationsspirale und treten unsere Neutralität mit Füßen. Daher meine Frage, wie rechtfertigen Sie Ihre Zustimmung zur 18 Milliarden Euro schweren Makrofinanzhilfe Plus für die Ukraine, trotz der mehrmaligen Versprechen Ihrerseits und der ÖVP, keiner weiteren Schuldenaufnahme auf EU-Ebene zuzustimmen? Geschätzte Frau Abgeordnete, zum Ersten möchte ich Ihnen sagen, dass ich sehr froh bin, berichten zu können, dass erst vor zwei Tagen im Coribear, bei den ständigen Vertretern in Brüssel, die Einigung stattgefunden hat, dass man der Ukraine seitens der Europäischen Union eine Makrofinanzhilfe in der Höhe von 18 Milliarden im nächsten Jahr geben wird. Und zwar halte ich das für absolut notwendig, wichtig und zum richtigen Zeitpunkt kommend, denn ich war erst vor kurzem in Kiew mit einer insgesamt achtköpfigen Delegation aus europäischen Europaministerinnen und auch der Vizepräsidentin des Parlaments, des Europäischen Parlaments. Und wir haben dort gesehen, dass jede Hilfe bitter notwendig ist. Und Sie sprechen hier auf eine Hilfe an, die aus dem mehrjährigen Finanzrahmen finanziert wird. Und ich komme zurück auf die Einigung, die getroffen worden ist. Gott sei Dank jetzt auch mit der Stimme Ungarns, damit das möglich ist. Das ist nicht zum ersten Mal, dass wir aus dem mehrjährigen Finanzrahmen eine Makrofinanzhilfe zur Verfügung stellen. Aber ich halte sie für absolut notwendig, denn die Menschen dort vor Ort haben, ist bitter notwendig, dass Infrastruktur wieder aufgebaut wird. Dass auch jetzt während dieser unglaublich schrecklichen Phase des immer noch andauernden Angriffskriegs Russlands hier eine Unterstützung, auch seitens der Europäischen Union, in Form von Geld für den Wiederaufbau, der jetzt vorangehen muss, auch schon geleistet werden kann, damit die Menschen dort nicht verhungern und vor allem nicht erfrieren, jetzt im Winter. Das Geld ist vorgesehen für den Wiederaufbau, insbesondere von Infrastruktur, aber auch zum Investieren in den Aufbau von Justiz und rechtsstaatlichen Institutionen. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete? Also ich nehme zur Kenntnis, dass Ihnen Ihre gegebenen Versprechen gegenüber den Wählern anscheinend nicht viel wert sind. Aber abgesehen davon gibt es mehrere Berichte, dass diese Gelder entgegen Ihren Behauptungen für die Zahlung amerikanischer Waffen eingesetzt werden sollen und daher eine österreichische Beteiligung auch nicht mit unserer Neutralität vereinbar ist. Es gibt auch einen Bericht der Financial Times, dass in der Vergangenheit die Ukraine EU-Hilfsgelder an der Kryptobörse FTX fest spekuliert haben soll. Und vor Ausbruch des Krieges wurde durch die berühmte Panama Papers auch bekannt, dass die Ukraine ein gewaltiges Korruptionsproblem hat, übertroffen, nur noch durch die EU selbst, wie wir zurzeit in jeder Zeitung lesen können. Daher meine Frage, welche Kontrollen gibt es, um zu klären, was mit dem Geld passiert und wie können Sie es rechtfertigen, dass die EU weiterhin Milliarden überweist, bevor diese Anschuldigungen aufgeklärt sind? Ich lasse mir hier nichts unterstellen und ich möchte auf das Allerentschiedenste zurückweisen, dass Versprechungen hier nicht gehalten werden. Sie haben mich mehrmals angesprochen, unter anderem auch im EU-Hauptausschuss, aber ich glaube auch im Verfassungsausschuss. Und das ist immer gegangen um das einmalige Instrument des EU-Next-Generation, des Aufbaufonds von 750 Milliarden nach der Corona-Pandemie, beziehungsweise noch während der Corona-Pandemie beschlossen, um den Staaten unter die Arme zu greifen, die am härtesten davon getroffen werden. Und dieses Versprechen ist auch gehalten worden. Wir als Österreich stehen unter anderem im Verbund der Frugalen 4 und dafür das Steuergeld effizient eingesetzt werden wird. Und ich möchte Sie noch einmal bitten, dass Sie Makrofinanzhilfen aus dem MFR unterscheiden von einem einmaligen Finanzinstrument wie dem EU-Next-Generation. Und ich darf noch einmal sagen, dass das Kredite sind, deren Einhaltung für die Zwecke natürlich kontrolliert wird, und zwar von der Europäischen Kommission selbst. Und die Tranchen werden auch in kleineren Tranchen ausgezahlt, etwa 1,5 Milliarden Euro über ein ganzes Jahr hinweg, damit man eben kontrollieren kann, wohin sie fließen. Jeder Cent wird dort ankommen, wo er gebraucht wird. Nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Reimann, bitte. Danke, Herr Präsident. Guten Morgen, Frau Bundesministerin. Die ungarische Regierung hat die Makrofinanzhilfe für die Ukraine blockiert, um Zugeständnisse bei der Bewilligung des ungarischen Konjunkturprogramms unter drohenden Nichtauszahlung von EU-Mitteln aufgrund von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit zu erzwingen. Wie beurteilen Sie den Kompromiss, gemäß dem rund 6,3 Milliarden Euro an EU-Fördergeld für Ungarn endlich eingefroren werden? Herr Abgeordneter, es ist natürlich auf europäischer Ebene auch immer so, dass man, glaube ich, Kompromisse finden muss. Und ich bin froh, dass Sie in diesem Fall auch gefunden worden sind. Es hat Ungarn das Veto aufgegeben gegen die Makrofinanzhilfe. Das halte ich für gut und richtig. Und wir haben auf der anderen Seite, glaube ich, auch eine gute Lösung gefunden, was den Konditionalitätsmechanismus betrifft. Es ist gegen Ungarn ja das erste Mal dieser Mechanismus zur Anwendung gebracht. Das Einfrieren von, also ursprünglich 65 Prozent der Geldern war vorgesehen. Ungarn hat Schritte gesetzt. Es sind insgesamt 17 Punkte, von denen 12 teilweise umgesetzt worden sind. Und daher auch dann die Lösung, die im Übrigen von allen außer Ungarn zugestimmt worden ist, dass 55 Prozent der Gelder eingefroren bleiben. Das halte ich für richtig und wichtig, dass es über 50 Prozent sind, um auch die Motivation aufrechtzuerhalten, dass Ungarn hier weiter tut, weil darauf werden wir ganz genau schauen. Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Gerstl. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Bundesministerin. Ich möchte Ihnen zuerst sagen, das, was die Frau Kollegin Steger da vorhin gesagt hat, damit ist sie vollkommen isoliert in Europa, auch innerhalb des österreichischen Parlaments. Vier Parteien haben hier eine ganz klare Meinung. Russland führt einen menschenverachtenden Terrorangriff gegen die Zivilbevölkerung dort. Und das, was Sie behauptet oder sagten, ist wahrscheinlich nur deswegen geschuldet, dass Sie einer Partei angehört, die vielleicht früher auch einmal von Kräften aus Russland finanziert und unterstützt wurde. Der Kollege Reimann hat zuvor schon zum Letztstand, zum Veto der Ungarns gegenüber der Finanzhilfe Ukraine gesprochen. Wie ist da jetzt der ganz konkrete Letztstand und was können wir jetzt da erwarten, auch von Seiten Ungarns an Finanzhilfe gegenüber der Ukraine? Wie gesagt, ich bin froh, Ihnen berichten zu können, dass Ungarn das Veto aufgegeben hat, was die Finanzhilfe für die Ukraine betrifft. Und ganz konkret geht es um insgesamt vier Punkte, die jetzt auch im schriftlichen Verfahren ab heute angenommen werden, hoffentlich von allen Hauptstädten, so jedenfalls die Einigung auch der ständigen Vertreter vor zwei Tagen im Corepair. Und dann ist es auch morgen durch, wenn sich die Staats- und Regierungschefs treffen zum Europäischen Rat. Vielen Dank.